Für Khloé Kardashian und Lamar Odoms Ehe sieht es nicht gut aus. Laut der Zeitschrift People Magazine wohnen der Reality-Star und der NBA-Spieler nicht mehr zusammen. Sie versuchen angeblich an seinen Drogenproblemen zu arbeiten. Laut Berichten verbringt Khloé die meisten Nächte bei ihrer Mutter, während Lamar in seiner Wohnung in Los Angeles sei. Während Lamars Basketball-Karriere und sein Privatleben den Bach runtergehen, hoffen wir, dass er noch die Kurve kratzen wird.